Am 10. Mai 1940 begann die Wehrmacht ihren Westfeldzug gegen Frankreich, Holland, Belgien und Luxemburg. Am gleichen Tag kam es zum fatalen Luftangriff auf Freiburg durch die deutsche Luftwaffe, der eine katastrophale Signalwirkung auf den weiteren Verlauf des Luftkrieges haben sollte. Manche denken jetzt sich am Moment, Bombardierung der Luftwaffe von Freiburg, einer deutschen Stadt? Nein, das ist kein Fehler meinerseits, sondern ein fataler Friendly-Fire-Vorfall. Werfen wir einen Blick darauf. Am ersten Tag des Westfeldzuges griffen Kampfflugzeuge des Kampfgeschwaders 51 die französische Stadt Dijon an. Das Kampfgeschwader 51 war mit mittleren Bombern des Typs Heinkel He-111 ausgestattet. Die zweimotorige He-111 war während des gesamten Zweiten Weltkrieges einer der Standardbomber der deutschen Luftwaffe und zu Beginn des Krieges durchaus auf der Höhe der Zeit. Die 1939 und 1940 modernste Version P erreichte maximal 390 kmh bei einer Gipfelhöhe von 8000 Metern und konnte bis zu 2400 Kilometer weit fliegen. Angetrieben wurde sie von zwei Daimler-Benz DB601A-Triebwerken mit je 1100 PS. Die 5-Mann-Besatzung konnte sich mit 5 7,92 Millimeter MGs sowie zwei 13 Millimeter MGs verteidigen. Die Bombenlast betrug maximal 2000 Kilogramm. Eine Kette des Kampfgeschwaders 51 bestehend aus drei Flugzeugen verfranste sich, das heißt sie verlor den Anschluss an den Hauptverband und danach auch noch die Orientierung. Aufgrund der damals eher simplen Kommunikations- und Navigationstechnik war eine Rückkehr zum Verband nicht möglich. Beim Versuch sich zu orientieren identifizierten die Flieger eine unter ihnen auftauchende Stadt als eine französische, vermutlich Colmar, warfen dort ihre Bomben ab und versuchten dann ihren Heimatflugplatz zu erreichen. Tatsächlich aber bombardierten sie die deutsche Stadt Freiburg und warfen insgesamt 69 Bomben verschiedener Größen ab. 57 Menschen, darunter 20 Kinder, wurden getötet. Bereits am Abend des 10. Mai war der Luftwaffenführung wie auch der politischen Führung des Dritten Reiches klar, was geschehen war. Statt den Vorfall jedoch zuzugeben, wurde behauptet, dass feindliche Flugzeuge zivile Ziele in Freiburg bombardiert hätten. In der NS-Presse wurde von einem feigen Luftangriff gesprochen, der jegliche Gesetze der Menschlichkeit und des Völkerrechts gebrochen hatte. In der Ufer-Tonwoche Nummer 506 vom 15. Mai 1940, deren Inhalt ich hier aus lizenzrechtlichen Gründen nicht zeigen kann, wurde der Luftangriff auf Freiburg in einer Sequenz aufgegriffen. Wer sich das anschauen möchte, kann den Link im Abspann verwenden. In der Meldung war die Anzahl der Todesopfer nicht ganz korrekt. Während der Sprecher seine Meldung vorlas, wurden Bilder von Trümmerhaufen, zerstörten Häusern, Schulen, einem Säuglingsheim und Kinderspielzeug in einem zertrümmerten Zimmer gezeigt. Der genaue Text der Meldung lautet wie folgt. Etwa zur selben Zeit belegten feindliche Flugzeuge die unbewaffnete Stadt Freiburg im Breisgau mit Bomben. Schulen, Kinderheime und Krankenhäuser, die in unmittelbarer Nähe der Einschlagsstellen standen, wurden dabei zerstört oder stark beschädigt. 50 Tote, darunter 13 Kinder, waren die Opfer dieses brutalen und skruppenlosen Angriffes auf eine unbefestigte deutsche Stadt. Die NS-Führung nutzte diese Tragödie jedoch auf zweierlei Art. Kurzfristig wurde die Schuld dem Feind zugeschoben, um die Stimmung im eigenen Land und im neutralen Ausland zugunsten der eigenen Positionen zu beeinflussen. Langfristig allerdings wurde der Angriff propagandistisch genutzt, um Angriffe auf französische und später vor allem britische Ziele zu rechtfertigen. Im Dezember 1940 beschuldigte Hitler den britischen Premierminister Churchill persönlich mit diesem Luftangriff den Terror gegen die Zivilbevölkerung begonnen zu haben. Um die Vertuschung abzusichern, protokollierten die Piloten der drei Heinkelbomber einen Angriff auf das französische Ausweichziel Dole Tavo, was jedoch an diesem Tag gar nicht angegriffen wurde. Informationen zu entschärften Blindgängern, die man problemlos als Deutsche identifizieren konnte, unterdrückte man, da selbst bei der Freiburger Bevölkerung keine Zweifel bezüglich der offiziellen Darstellung herrschten. Auch die Tatsache, dass die Freiburger Flugwache die drei Flugzeuge korrekt als Deutsche identifiziert und deshalb keinen Fliegeralarm ausgelöst hatte, dies geschah erst nach dem Abwurf der Bomben, änderte daran offenbar nichts und blieb unbekannt. Nicht hilfreich für jegliche Art von alliierter Gegendarstellung war, dass Freiburg während des Ersten Weltkrieges rund 25 Mal von alliierten Flugzeugen bombardiert worden war und die Stadt einen Tag nach dem Luftangriff für insgesamt drei Tage unter französischem Artilleriebeschuss stand. Erst der deutsche Vormarsch in Frankreich konnte den Beschuss stoppen. CBS meldete am 11. Mai 1940 in einem Beitrag zum Frankreichfeldzug kurz die Nachricht vom Angriff auf Freiburg. In dieser Meldung wird Bezug genommen auf einen deutschen Luftangriff auf die offene Stadt Brüssel in Belgien. Ab 1956 konnten durch deutsche Historiker die Vorgänge rumt und den Luftangriff auf Freiburg endgültig geklärt und die Verschleierung gelüftet werden. Der Kommodore des Kampfgeschwaders 51, Oberst Josef Kammhuber, gab 1980 zu, dass die Verantwortlichkeit für den Angriff eindeutig bei seinen eigenen Soldaten lag. Es wurde schließlich auch die These geäußert, dass die Luftwaffe absichtlich Freiburg bombardiert hatte, um im Rahmen eines sogenannten False Flag Manövers großflächige Luftangriffe auf alliierte Ziele zu rechtfertigen. Angesichts des Gleiwitz-Vorfalls zu Beginn des Polenfeldzuges 1939, bei dem die SS einen Angriff angeblich polnischer Soldaten inszenierte, lagen solche Gedanken auf der Hand. Allerdings ist wie recht oft der einfachste Ansatz der richtige in diesem Fall. Der Luftangriff auf Freiburg war ein tragischer Fehler. Da aber im Krieg das erste Opfer die Wahrheit ist, wurde dies vertuscht und stattdessen überlegt, wie man diese Tragödie doch noch irgendwie gewinnbringend ausnutzen konnte. Der Freiburg-Angriff konnte spätere heftige Luftangriffe wie zum Beispiel auf London oder Coventry rechtfertigen. Damit setzte allerdings eine Spirale der Enthemmung ein, die sich am Ende auf fatale Weise gegen das Deutsche Reich selbst wenden sollte. Dies sollte Freiburg selbst speziell erleben, als am 27. November 1944 britische Nachtbomber die Stadt im Rahmen von Operation Tigerfish bombardierten. 292 Lancaster-Bomber warfen 1.700 Tonnen Bomben über der Stadt ab und zerstörten weite Teile der Altstadt und umliegende Stadtviertel. 30% aller Wohnhäuser wurden zerstört, 2.800 Menschen starben, 9.600 wurden verletzt. Angesichts dieser massiven Zerstörung mag der fehlerhafte Luftangriff vom Mai 1940 nicht signifikant wirken, aber man sollte bedenken, dass auch die größte Lawine durch einen einzigen kleinen Schub ausgelöst wird. 1985 wurde in Freiburg ein Gedenkstein errichtet. Der Stein steht an der Stelle, an der alle 20 beim Angriff getöteten Kinder umkamen. Die Schlussworte der Inschrift sollten für alle Menschen aller Zeiten eine Mahnung sein. Lasst uns die Toten nicht vergessen. Nie wieder Krieg. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 겠다. Untertitelung des ZDF, 2020